Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online und wir spielen heute das RC Bandito Zeitrennen Baustelle 1 von einer Zeitvergabe von 1 Minute 50 ist wieder gar nicht so einfach, das befindet sich hier einmal mitten in La Santos auf der Baustelle und wir starten jetzt gleich mal rein, aber wie gesagt, da ist wieder 1 Minute 50 dauert, ist es gar nicht so einfach das Rennen, ah ja und ich habe mein Auto ein bisschen getunt, Leistungstuning gibt es nicht bei dem Auto, aber optisches Tuning, ich habe es mal ein bisschen verändert, das muss ich mich ein bisschen konzentrieren, weil ist es, ja daher, dass es wieder 1 Minute 50 geht, das Rennen ist es gar nicht so einfach, hier sind wieder ein paar Bauarbeiter unterwegs, Junge, ey, ah das war knapp, das war knapp, ich muss mich wie gesagt, bei diesem Zeitrennen muss ich mich immer ein bisschen mehr konzentrieren, weil die gar nicht so leicht sind, aber bis jetzt schaut es eigentlich okay aus, aber die richtigen schweren, oh, gesehen, das sind Bauern, das sind, das sind, Bauarbeiter abgestürzt, gesehen, ist ja krass, hier hoch geht es noch, aber jetzt dann kommt gleich eine richtig schwierige Passage und zwar hier, weil hier müssen wir reinbremsen, sonst fliegen wir runter, hier müssen wir echt langsam machen, hier dürfen wir auch nicht zu schnell machen, ah, da verliere ich immer so viel Zeit, so viel Zeit verliere ich hier, aber egal, das ist alles so, ah, so komisch verwinkelt, aber wir dürfen auch nichts, also wir müssen halt, ja, hier wieder ein bisschen langsamer, wie gesagt, wir dürfen nicht zu schnell fahren, weil sonst fliegen wir raus, wir dürfen jetzt aber auch nicht zu langsam machen, weil sonst schaffen wir ja das Zeitrennen nicht, so hier müssen wir wieder Vollgas geben, also am besten halt an diesen Stellen, wo es halbwegs gut funktioniert, Vollgas geben mit ein bisschen Risiko und die Stellen, die ein bisschen gefährlich sind, da halt ein bisschen, ja, lieber Zeit verlieren, aber dafür ein bisschen vorsichtiger fahren, so gehe ich das Ganze halt an, so hier Vollgas hinter, in die Kurve rein und jetzt geht es hier wieder runter, ich lasse mich einfach nur runterrollen, naja, gut, Freunde, ah, ich wollte gerade auf die Zeit schauen und sagen, von der Zeit her schaut es eigentlich gut aus, aber, kein Risiko eingehen, tschak, tschak und jawohl, erster Versuch, 3,5 Sekunden Restzeit, mega geil, ey, richtig geil und ich würde sagen, ich blende euch jetzt sogar das nochmal ein, wo wir diesen Menschen gesehen haben, den Bauarbeiter, der runtergeflogen ist, Oh, gesehen? Da ist ein Bauarbeiter abgestürzt, gesehen? Ja, krasse Sache, ne, Sachen gibt, vielleicht hat er ihn einfach nicht mehr gefreut zu arbeiten oder er will in den Krankenstand gehen, keine Ahnung, auf jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gern einen Daumen nach oben da, ihr wisst, da freue ich mich und über nette Kommentare freue ich mich natürlich auch, haut rein, euer Dutzi und ciao! Das war's, 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 das